hallo ihr lieben kreativen herzlich willkommen zurück auf meinem kanal heute habe ich für euch wieder ein action haul und was ich gekauft habe zeige ich euch jetzt in diesem video und ich wünsche euch viel spaß dabei ich habe mir zwei 12 x 12 inch große blöcke gekauft und zwar einmal diesen hier dass er so auf herbst und ja bisschen ihr auf niedlich gemacht und ja man sieht auch es gibt schon viele herbstfarben oder sind in vielen herbstfarben schon gehalten dieser blog und erinnert einen sehr sehr eben an den herbst und ja genau das ist der erste blog der heißt forest der zweite blog sieht so aus und heißt moment der ist ihr dann so auf blau rosé töne gehalten und ich fand die farbkombination so so schön und was mir auch wirklich so gut gefallen hat sind eben auch die kombination untereinander zu den farben eben und ich weiß nicht mir gefällt das so so sehr also gerade hier zum beispiel zehn bei den kameras ich weiß nicht wieso aber irgendwie das das hat es mir einfach so so angetan und deswegen musste der auch unbedingt mit und dann habe ich mir ein 3d die cut block mir mitgenommen und zwar diesen hier in diesem ja weihnachtsmotiven darin befinden sich dann solche stanzteile wo man dann eben so ein 3d embellishment machen kann und das zum beispiel auf karten kleben kann und hier hinten seht ihr auch schon die ganzen fertigen motive die es gibt und ich finde man kann diese dinge auch einzeln verwenden man muss nicht unbedingt so ein 3d element raus machen und ich glaube ich werde sie auch einzeln verwenden dann habe ich mir diese kunst ledes setzen mir auch zugelegt und zwar habe ich mir einmal hier in diesem blau silber ton mir war eins mitgenommen fand ich sehr sehr hübsch dann mir habe ich mir das in braun noch mitgenommen und was ich auch richtig cool finde ist dass es hier zwei glitzernde sind und eben zwei die nicht glitzer und dann auch das klassische schwarz weiß silber grau wie auch immer und das war zum glück noch dabei das war jetzt das allerletzte wo diese action gehabt hat dann habe ich mir ein stempel set mitgenommen und zwar dieses stempel set hier mit diesen süßen kleinen weibtierchen finde ich richtig niedlich kann man gut verwenden jetzt auch gut zu diesem herbstblock finde ich passt es sehr sehr gut dazu und das ist ehrlich gesagt auch der einzigste stempel den ich mitgenommen habe dann habe ich mir fit sticker mitgenommen in der weihnachtsabteilung und zwar diese hier das sind von den motiven her die gleichen drin nur dass es ein dunkleres braun wie das hier und die sind auf 3d klebepads schon drauf und ich finde die auch sehr sehr süß zum verziehen zum beispiel von adventskalender dann habe ich ein set washi tape mitgenommen und zwar dieses hier ich fand einfach dieses rose gold so schön vor allem in der kombination mit dem schwarz hat mir wirklich sehr sehr gut gefallen und deswegen habe ich das auch einmal mitgenommen dann habe ich mir etwas mitgenommen und zwar jetzt muss ich echt überlegen ob das wirklich radiergummis sind oder nicht auf jeden fall diese puzzle dinge hier und da habe ich einmal jetzt hier die mickey maus variante und die prinzessinnen variante genommen und da werde ich mal schauen was dabei rauskommt finde ich auch richtig cool das sind dann so steckteile wie bei kinder überraschungseier das spielzeug innen drin und dann kann man das aufstecken aber ich bin mir jetzt nicht sicher ich glaube das waren radiergummis wenn mich jetzt nicht alles täuscht dann habe ich mir ein deko teil gekauft für weihnachten und zwar dieses hier einmal dieses x mess weiß und mit goldenem glitzer fand ich auch richtig richtig cool und das passt auch immer sehr gut zu meiner weihnachtsdeko weil meins eigentlich immer weiß gold ist und dann das allerletzte teil das habe ich bei einer anderen youtuberin gesehen die schon ein action haul hochgeladen hat und ich habe mir gedacht oh mein gott ich schmelze gleich dahin und zwar hat action natürlich schnee schnee kugeln sage ich schon christbaum kugeln und welche mit so richtig süßen gesichtern drauf da gibt es einen pinguin form ich glaube ein horn gibt es und ich habe mir jetzt hier dieses hier mit genommen dieses reh also ich gehe mal davon aus dass es ein reh darstellen soll hier mit diesen süßen kleinen öhrchen und hier dann auch die rosen vorne dran das gibt es immer jeweils in weiß in pink und in mintfarben und ich fand weiß einfach sehr sehr schön und der wandert dieses mal an meinen christbaum und ja meine lieben das war jetzt schon mein action haul es war nicht sehr viel es war sehr sehr spontan dass ich dort hineingegangen bin weil ich mit fabi in münchen münchen ich glaube münchen ja münchen was unterwegs war und da haben wir dann kurz mal bei einem action angehalten und müssen einfach nur kurz rein und das war so die ausbeute davon und ja meine lieben ich hoffe das video hat euch gefallen ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen tag und wir sehen uns dann beim nächsten video wieder und bis dahin tschüss bis dahin tschüss